TAKE BACK BIEFER GAME BIEFER 22 ist ja jetzt offiziell auch für alle draußen, also schon länger, und wir spielen. Ihr könnt das Spiel mal in den Kommentaren bewerten, von 1 bis 10. Was würdest du dem Spiel geben? Eine 7 von 10, für CR7, denn mit dem spiele ich heute. Ich schließe mich der 7 an. Der Klassiker heute, Ronaldo vs. Messi, PSG vs. Manu. El Clasico. Das neue El Clasico, kann man sagen. Okay, passt schon. Das erste richtige Spielverzeihung zu spielen. Das richtige. Mit ganz viel Alkohol. Was ist denn hier? Are you ready? Okay, schön. Der hundertprozentige Beide-Sitz, Leute. Verteidigen wird bei dir groß gespielt, ja. Du musst ja gar nicht verteidigen. Du gibst ja so den Ball. Jumel, was soll ich denn hier für ein riesen Loch in meiner Möse? Ich küsse wirklich. Ja, so sauber. Das ist Kreisliga. Scheiße. Hey Junge. Was hast du denn da für... Boah. Was sind da für Spiele, Alter? Nicht normal. PSG. Nein, der war so unnötig. Der war so unnötig. Mein Alter. Gib mir doch einmal ganz kurz den Ball hier. Gib ich dir jetzt sofort. Jetzt kannst du den Arm danach. Ja, nochmal. Danke. Gib ihn doch jetzt. Messikor. Ah, jetzt haben wir's. Messikor. Junge. Hä? Ja. Das war ja aber ein ganz krasses Tor wirklich. Vorm 60 Meter Tor. Daaaah. Lepo. Big Bull. Nur Small Bull. Junge. Jetzt haben wir mal den Quatsch. Big Bull. Ronaldo sogar. Unser Ratte gegen. Hat mir auch mal gereicht. Da ist gleich die Schuhe hier. Danke. Na, müssen dem Roddy natürlich auch mal eine Chance lassen. Kann's doch nicht. Nichts. Wehe, keine Ecke. Wie kann das, wie, wie kann das keine Ecke sein? Herr Schiedsrichter. Haben Sie Ihre Brille vergessen? Ey. Ey. Nein. Nein. Den hätte kein Torwart der Welt gehalten. Das quatschelt so, Alter. Das quatschelt so, Alter. Ey, was? Was soll ich denn noch machen? Ja, okay. Was denn? Ja, selbst der Ole Gunnar Solskjaer, der kommt nicht mehr klar. Der versteht gar nicht, was hier abgeht. Ja? Dritten jetzt aus Vor. Geht doch jetzt mal davor. Kriegst du noch einen Ballermann jetzt? Guck mal hier, Henry McGuire. Rashford. Der ist Rashford. Guck mal den jetzt hier. Okay, nimm Messi mit. Nimm Messi. Saved Messi 1 und 2. Messi 1 und 2. Ist er auch. Verdammt. Kein Absatz. Was? 10 Meter Absatz. Also. Scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich spielen soll, wenn ich da Fred sehe. Da wird mir Angst und Bange. Ja, genau. Was? Hast du gesoffen, oder was, Junge? Ja. Komm, Bruno. Rufen an. Mein Gott, Baruka. Lass den ausspielen. Lass den doch ausspielen! Schieds welcher auf meiner Seite. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wieder Messi bei dir, ey. Warum bleibt er da so stehen? Ja, nein, nix. Harry Maguire, der beste Spieler der Welt. Das hätte ins Auge gehen können. Ich mag das. Aber hast du schon mal so ein Konter gesehen, Junge? Wie wir den hier ausspielen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Papa. Da bleibt dir nix anderes übrig, als ihn wegzuhauen. Und das ist doch ein Rashford. Das ist mal Rashford. Ja, schöner was. Klar. Schöner was. Klar. Auf den richtigen Moment gewartet? Wow. Nix. 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 Das muss ein Elber sein. Das muss. Ich hab dich um eine Taste geduckt. Das ist doch egal. Das ist doch egal. Was kann ich denn da? Was bin ich umgerannt? Ich kann doch nix. Was macht Marquinhos da? Darf ich den Elber jetzt schießen, oder? Elber vorbei. Chance verteilt. Nein, nein, nein. Das ist ein Kuno-Fansch auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das wird nix. Doch bitte! Das ist von Daido! Wievielte Minute? 65. Ui. Ui. So? Ja! Maria! Oh mein! Geheimwaffe! Nicht einen Elber! Nicht einen Elber! Die Geheimwaffe! Ah ne, das ist egal. Egal. Nicht einen Elber-Tor! Die Maria hat einfach schon den Unterschied gemacht, weil er da mitgelaufen ist. Ja, der war doch schwer! Du hast auch die Rea im Tor. Sind wir mal ehrlich. Ja, der war böse. Der war böse. Der war böse. Aber ich sag dir, ey, ich hab nur Ronaldo. Ich hab nur Ronaldo. Mit mir war das gar nicht gespielt. Na, der war schon mal böse. Na, der ist den Kampmann noch vorwärtslob, ne? Den Kampmann noch mal, ey. Das ist diese alte Real Madrid-Connection. Wer wollt' dem gönnen? Ja, endlich hab mein Vorrat auch mal einen. Nein! Was ist das denn, Junge? Was ist das denn? Und ich war in der Ecke. Ei, Karamba. Ach, ist das heute Tag so offene Tür bei dir oder? Nur Training? Ey, der Kletter, du hast ihn in der Ecke. Ich komm mein Tegel, genau. Ja, ein Paus ist halt. Ach, das ist doch Paus. Ey. Gibt gleich für Meckern noch ne gelbe Karte. Mein Gott. Ey, geh doch mal weg da, Alter. Schick mir auf die Fis. Ey, das ist ja überhaupt ein Spiel. Ey, Sandro ist der größte Flop. Warum, wenn du den geholt hast. Sag ich so, nur weil er bei FIFA nicht so gut ist. Huch. Das kann nicht sein. Ach. Ja. War ein gutes Spiel. Das Problem war einfach, Messi war in der Startelf. Da hab ich schon den Fehler gemacht. Wir können gerne eine Revanche machen. Lass ein Like mal. Machen wir. Machen wir. Ohne Messi in der Startelf. Das reicht mir jetzt leider von den Jungen. Ist okay. Lass ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.